Liebe Follower, ich habe in den letzten Tagen wieder einige Fragen und Anregungen für unsere politische Arbeit bekommen. Ich will sie gerne beantworten und gehe es einfach mal so durch, wie es bei mir angekommen ist. Die erste Frage war, wie schaffen wir es, wieder aktive Mitglieder für die CDU zu gewinnen? Ja, das ist eine wirklich große Herausforderung. Die CDU hat in den letzten 20 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Leider sind viele verstorben. Wir haben eine überaltete Mitgliederschaft, sind aber auch viele ausgetreten. Ich möchte viele von denen zurückgewinnen und neu hinzugewinnen, indem wir über interessante politische Themen diskutieren, indem wir digitale Formate anbieten, auch für die Beteiligung an dieser Diskussion. Und wir müssen einfach eine themenoffene, interessante Partei sein. Und es muss eine große Zahl von Menschen in Deutschland Interesse finden an dem, was wir diskutieren. Und das liegt an uns. Das ist eine Bringschuld der Partei. Und ich werde mich als Parteivorsitzender dafür einsetzen, dass wir das wirklich bringen. Was heißt es für sie, konservativ zu sein? Ja, die CDU ist eine Partei, die sich aus der Sozialpolitik, aus der liberalen Vorstellung von dieser Welt und auch aus der wertkonservativen Gedankenwelt speist. Konservativ zu sein heißt, den Mut zu haben, das Bewährte zu bewahren und gleichzeitig das Neue aktiv anzunehmen und zu gestalten. Franz Josef Strauß hat immer gesagt, konservativ zu sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu stehen und gleichzeitig das, was sich bewährt hat, auch zu bewahren. Wie stehen Sie zur heimischen Landwirtschaft? Wie können Sie als Bundesvorsitzender der CDU den Landwirten Hoffnung geben? Ich komme selber aus einer sehr stark von der Landwirtschaft geprägten Region. Ich weiß, dass die Landwirtschaft in schwieriger Zeit ist. Die Europäische Union bestimmt einen großen Teil der Rahmenbedingungen mit. Aber meine Antwort ist zuallererst, wir müssen nicht 150 Prozent machen von dem, was die Europäische Union vorschlägt und regelt. Es reichen 100. Und dann haben wir immer noch viel Spielraum, auch für die örtliche regionale Landwirtschaft einiges zu tun. Das Wichtigste ist für mich Respekt vor der Leistung, die Sie dort erbringen als Unternehmer auf den Höfen, aber auch diejenigen, die unsere Natur und Umwelt schützen und diejenigen, die auch dem Tierschutz verpflichtet sind und sorgfältig mit diesen Ressourcen umgehen. Meinen Respekt hat die Landwirtschaft immer schon gehabt und auch in Zukunft. Was für Tipps haben Sie für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn? In Klammern, ich bin 22 Jahre alt, war eine Frage. Das Allerwichtigste in einem Land, das keine Rohstoffe hat, ist Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Und zwar nicht nur im engen Sinne des eigenen Spektrums, der eigenen beruflichen Laufbahn, sondern auch mit großem Horizont darüber hinaus. Einfach Interesse zu haben an den Dingen, die unser Leben heute bewegen und offen zu sein für Neues. Und immer bleibt dann trotzdem die beste Berufsausbildung zu machen, die möglich ist, erreichbar ist und sich auch für das, was man tut, wirklich begeistern. Es ist kein Job, es ist eine Aufgabe und wenn man es so versteht, dann hat man auch Erfolg. Trinken Sie Tee oder Kaffee? Ich trinke beides. Ich trinke eigentlich lieber Tee. Ich trinke hin und wieder im Laufe des Tages auch mal eine Tasse Kaffee, aber mein Tag beginnt mit einem guten Tee und meistens mit English Breakfast. Wie sieht Ihre Verkehrspolitik aus? Was sind Ihre Ziele für die Verkehrspolitik? Ja, auch da muss ich noch einmal sagen, ich komme aus einem ländlichen Raum und ich weiß, dass hier nicht zwischen allen Dörfern eine U-Bahn fährt, sondern wir sind hier in der Region auf Autos angewiesen. Aber auch wir wollen moderne Technologie, auch wir wollen CO2-freie Mobilität. Wir wissen, was wir unserer Umwelt schulden und wir sollten in den nächsten Jahren darauf achten, dass wir hier wirklich technologisch das tun, was auf der Welt entwickelt wird, dass wir mit dabei sind, die modernsten Technologien auch umzusetzen. Ich sage allerdings auch dazu, ich bin nicht davon überzeugt, dass nur Elektromobilität die einzige Antwort ist für die Mobilität der Zukunft. Synthetische Kraftstoffe, Wasserstofftechnologie, das muss alles zusammen kommen, alles zusammen auch gedacht werden, erforscht werden, entwickelt werden und dann werden wir mit moderner Technologie das Ziel auch erreichen, nämlich spätestens im Jahr 2050 eine CO2-neutrale Verkehrsmobilität erreicht zu haben. Ich werde mich jedenfalls sehr dafür einsetzen. Welche Themen haben Sie im Jurastudium besonders interessiert? Ja, ich bin im Jurastudium nach dem Grundstudium auch in der Volkswirtschaftslehre unterwegs gewesen. Ich habe in Bonn an der Universität studiert. Im selben Gebäude liegt auch die in Bonn sehr bekannte, renommierte Volkswirtschaft. Ich habe Grundkurse auch in Volkswirtschaftslehre besucht und ich habe mich dann im Aufbaustudium, also im zweiten Teil des Studiums, auch sehr für Gesellschaftsrecht, also für das Unternehmensrecht interessiert und für Arbeitsrecht. Arbeitsrecht war mein Schwerpunkt im Studium, auch Prüfungsfach im ersten juristischen Staatsexamen. Das waren die Schwerpunkte, die ich gehabt habe und ich habe immer auch das Studentenleben dabei sehr genossen. Es war für mich eine tolle Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Wie stehen Sie zur Digitalisierung in allen Bereichen, vor allem in ländlichen Gebieten? Ja, das Stichwort lautet ganz einfach, 5G. Wir brauchen auch hier in den ländlichen Regionen so schnell wie möglich gute Datennetze, Glasfaseranschluss und 5G in der digitalen Mobilität. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die ländlichen Räume Schritt halten können, auch mit den technologischen Entwicklungen. Und ich habe für mich persönlich entschieden, immer auch, ich mache nicht jeden Schnickschnack mit, aber immer auch im Trend an den technologischen Entwicklungen teilzunehmen, auch den Anspruch zu haben, selber technologisch so ausgerüstet zu sein, wie es möglich ist. Und Sie sehen das hier auch in diesen Formaten, die wir hier miteinander machen. Auch das ist mein Anspruch, dabei zu sein, wenn es in solche neuen Formate auch der digitalen Kommunikation geht. Und die Frage lautet, wie werde ich Politiker? Ja, Politiker werden Sie, indem Sie gewählt werden. Aber gewählt werden Sie vor allem dann, wenn Sie das Vertrauen von Wählerinnen und Wählern genießen. Ich habe im Hochsauerlandkreis, meiner persönlichen und auch politischen Heimat, viermal den Bundestagswahlkreis direkt gewonnen, beim letzten Mal mit 57,7 Prozent der Stimmen. Ich habe solche Wahlergebnisse erzielt, weil ich den Kontakt zur Bevölkerung hatte, weil die Bevölkerung wusste, dass sie den Kontakt zu mir jederzeit aufnehmen kann und weil ich auch mit Selbstbewusstsein diesen Wahlkreis vertreten habe. Und ich will gerne hinzufügen, das ist auch mein Rat an junge Menschen, die sich für Politik interessieren. Denn Politik ist eine faszinierende Sache. Es macht großen Spaß, jedenfalls meistens. Aber das Wichtigste ist, bringen Sie einen ordentlichen Beruf mit, bringen Sie Lebenserfahrung mit und machen Sie nicht nur Politik. Politik lebt vor allen Dingen von sehr unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen, von unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Und diejenigen, die davon was mitbringen in die Politik, die sind dann auch in der Politik erfolgreich. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, die lautet, Ich habe im Herbst mein Doktoratstudium am MIT angefangen und beschäftige mich mit Robotern und künstlicher Intelligenz. Wie möchten Sie Deutschland attraktiver machen, damit Leute wie ich nach ihrem Abschluss ihre Karriere in Deutschland starten, anstatt in den USA? Ja, ich kenne das MIT und ich kenne viele amerikanische Universitäten und weiß, was dort geleistet wird. Ich habe auch aus der Familie jemanden, der auf einer amerikanischen Boarding School gewesen ist. Ich war leider nie dort. Das war zu meiner Zeit noch nicht so üblich wie heute. Aber wir sehen eben auch, welche großen Chancen Studenten, Studierende heute an Universitäten in Amerika haben, aber auch diejenigen, die dann zu Doktorarbeiten und zur wissenschaftlichen Forschung in die USA gehen. Ich möchte, dass wir solche Institutionen hier in Deutschland auch haben. Ich möchte vor allem, dass diese Institutionen eng zusammenarbeiten, auch mit Startups, mit Unternehmen, die verbunden sind mit den Universitäten, damit das Klima in Deutschland und in Europa genauso gut wird, wie es an sehr vielen dieser amerikanischen Universitäten auch ist. Also herzliche Grüße an Sie, an das MIT. Aber kommen Sie zurück nach Deutschland und begleiten Sie uns auch politisch auf dem Weg dorthin, nämlich Institutionen zu schaffen, die genauso gut sind wie die, die Sie im Augenblick besuchen.